Zeigt euren besten Trick. Alex und ich werden die Jury sein und die ersten drei Plätze kommen mit uns gemeinsam auf die Bühne und ihr habt die Fläche, das zu zeigen, was ihr möchtet. Also nutze die Chance, zeig was du drauf hast, zeig deinen besten Trick. Viel Erfolg, bleib gesund und bis bald. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.